Willkommen zurück zum nächsten Game, und zwar Trial Xtreme 2. Trials kennt man ja soweit von der Xbox und bald auch auf dem PC. Das ist jetzt die Tablet-Version. Da habe ich auch schon mal 6 Level gespielt. Ne, gar nicht. 6 Level sind frei. 3 geschafft. Krass. Aber ich zeige mal den ersten. Das ist allerdings jetzt auch wieder nur so eine Demo-Version. So, jetzt kann ich entweder mit Neigen meines Handys, also meines Tablets. Und ansonsten, hier ist Gas, Trial, Bremse und Sprung. Sobald ich mal diese... Und Sprung. Und ich komme nicht dran. Ach, komm schon. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht mehr so oft gezockt habe. Warte mal. Pause-Button. Restart. Pause-Button. Ach so, und ich habe auch weitergeklickt. Witzig. Okay, das zu dem Thema. Komm schon, du schaffst es. Aua. Continue. Das ist ein bisschen schwieriger als mit so einem Pad. Oh mein Gott. Und man kann die Steuerung auch wieder ändern, indem man dann... Moment, ich hüpfel mal hoch. Dass man dann diese Neigungsvorstellung nicht per Bewegung des Spielgerätes hat. Oh. Sondern per Tasten, die dann links sind. Extreme. Awesome. Komm, wir wollen dieses blaue... Blauen Agila mal rüberfahren. Ja, spitze. Warte mal, ich nehme mal Anlauf, Bremse. Ah, geht doch. Ja, ist das, wie ich es geschafft. Genau, minus zwölf. Super. Level zwei. Man sieht auch, die ändern schnell ihre Umgebung. Jetzt bin ich in so einer Containerstadt. Oder Container am Strand, will ich es mal mehr nennen. Kannst du da mal bitte hochfahren, du? Du Motorrad, du. Und. Geil. Oh, fuck. Ich glaube, so sollte es nicht... Aber es ging trotzdem. Achso, ich glaube, da war die Zeit, die ich unterboten hatte, beziehungsweise überboten hatte. Ja, klappt ja schon mal gut hier wieder. Und Köpper. Oh. Da ist der Sprungknopf. Schon geil. Scheiß halt auf den Stern. Die Texturen fehlen jetzt hier auch gerade so ein bisschen. Oh mein Gott. Aber an sich, ich weiß jetzt auch nicht, was es kostet, wenn man hier die Vollversion nimmt. Aber an sich, wenn der Xbox oder eine Playstation hat... Hallo? Oder Xbox, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das auf Playstation auch gibt. Der soll dann lieber dabei bleiben. Natürlich, wer davon nichts hat, der kann sich das unbedingt holen. Zumindest die Demo-Version. Unbedenkt. Unbedacht. Ohne Bedenken. Oh. Aua. Mit dem Gesicht gebremst. Cool. War ich so nicht dran? Nee. Ja, genau. Steck dein Rad noch weiter da rein in den Reifen. Ja, genau. Das macht Spaß. Wie willst du das eigentlich erzählen? Nein, jetzt bin ich schon wieder so wie der gerade. Ich glaube, der hat... Okay, den Stern habe ich schon mal. Ja, genau. Weil ich mit dem Arsch da drankam oder was. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Er muss doch nach vorn, aber die Reifen... Gerade die ganze Zeit so hinten. Oh nein. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Exit. Ich überspringe mal dein Level. Äh... Let's do this. Let's do this? Nein, das war nur der Level, den ich gerade hatte. Exit. Spielen. Welchen Level hatte ich denn jetzt gerade? Dann nehme ich... ...6. Okay, das ist ein anderer. Geil. Let's do this. Aua. Das war wieder mein Gesicht. Awesome. Oh oh. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Und... Oh oh. Komm, komm. Nicht vorrecken. Nicht vorrecken. Ich hab schon zwei Sterne. Das ist der Hammer. Ja, irgendwas stimmt jetzt aber hier gerade nicht. Hallo. Hallo. Oh ja, sauber. Awesome. Awesome. Oh oh, mein Motorrad. Nein. Bitte nicht. Tu dir nicht. Ja. Genau. Schön die Wirbelsäule strecken. Und hat Rad immer rein und raus fahren lassen. Also ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit dem Motorrad. Ätzend. Komm raus da. Und ich kann auch tanzen. Yeah. Und ich bin immer weiter drin. Dance. Yeah. Also wie weit kann ich denn meinen Körper da reinstecken? Man sieht ja auch ungefähr mit den Fingern, was ich hier mache. Yeah. Schwing das Tanzbein. Was für eine Scheiße. Kommt er da raus. Was ist denn da raus? Los, rein da. Na gut, ich glaube, an dieser tanzenden Stelle, da beende ich auch mal diese Vorstellung. Und an sich, ähm, finde ich es nicht so toll, jetzt dieses Spiel. Also holt euch dann lieber ein anderes Spiel, was mehr Spaß macht. Oder holt euch Trials auf irgendeiner Konsole. Oder bald auch auf dem PC. Das hat mich kaputt getanzt. Toll. Na gut, ansonsten bis im nächsten Game. Tschöö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.